Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Bayern München Bundesliga 2019-2020 16. Spieltag, SC Freiburg gegen Bayern München Entgebnis 1 zu 3 Startelf von SC Freiburg Flicken, Franz, Kulte, Heinz, Günther, Koch, Höfler, Hebert, Grifo, Hüller, Peterson Startelf, Bayern München, Manuel Neuer, Joshua Kimmich Barfart, Alaba, Davies, Diago, Thomas Munner, Coutinho, Gnabry, Harry Stig, Robert Wadowski Das war's von SC Freiburg gegen Bayern München Uhrzeit 2 Uhr 38